Was geht ab Leute, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den Bildschirm von eurem Smartphone aufnehmen könnt. Und dabei zeige ich euch mehrere Wege, leichtere, etwas aufwendigere, aber dafür professionelle. Je nachdem was für ein Smartphone ihr besitzt, gibt es verschiedene Wege und ich rede jetzt nicht davon, einfach mit der Kamera den Bildschirm abzufilmen, sondern wirklich direkt eine Bildschirmaufnahme zu machen. In diesem Video geht es hauptsächlich um Android-Tipps, weil es beim iPhone ein bisschen anders funktioniert, aber grundsätzlich kann man das auch aufs iPhone anwenden. Ich werde aber in Zukunft vermutlich auch noch ein extra iPhone-Video dazu aufnehmen. Kommen wir als allererstes zur hauseigenen App, denn viele Smartphones besitzen einfach schon von Hause aus die Möglichkeit, den Display aufzunehmen. Dann steht da oft Display Record oder irgendwie sowas als Möglichkeit und dann kann man das starten und einfach den Bildschirm aufnehmen lassen. Dann wird eine Videodatei abgespeichert und fertig. Manchmal ist es aber so, dass man da gar keine großen Einstellungsmöglichkeiten hat oder das wie in meinem Fall zum Beispiel bei meinem Huawei wird dann kein Full-HD-Bild oder 4K-Bild aufgezeichnet, sondern nur ein 720p-Bild. Bevor es weitergeht, falls euch das Video gefällt, vergesst nicht zu abonnieren und die Abo-Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Aber weiter geht's. Der nächste Schritt sind externe Apps, die man über den Play Store runterladen kann. Es gibt kostenpflichtige Apps, es gibt kostenlose Apps, es gibt kostenlose Apps, die mit Bezahlung dann noch mehr Funktionen dazu bekommen. Ich stelle euch zwei kostenlose Apps vor, die ihr von Hause aus nutzen könnt für die reine Bildschirmaufnahme. Zum einen ist es der AZ Screen Recorder. Links dazu packe ich euch unten auch in die Videobeschreibung. Und da habe ich hier an der Seite so ein kleines Bubble. Kann dann auswählen, was ich aufnehmen möchte, Video oder Foto. Kann in die Einstellungen gehen und da meine Einstellungen setzen. Und hier ist es wichtig zum Beispiel die Auflösung einzustellen, je nachdem ob ich ein 16 zu 9 Bild haben möchte, kann ich hier auf Full HD eingehen. Dann die Framerate, gerade wenn man zum Beispiel Spiele aufnehmen möchte oder Livestreamen möchte, empfiehlt es sich da mit 60 FPS aufzunehmen. Die Bitrate, das erklärt natürlich dann die Qualität, mit der Aufblick genommen werden kann. Da würde ich euch empfehlen einfach auf 12 Mbit zu gehen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Solange es natürlich der Speicher von eurem Smartphone hergibt. Und ansonsten braucht man da nicht groß viel einstellen. Schon kann man das Ganze nutzen, wenn es jetzt um die reine Aufnahme geht. Wichtig ist auch noch ein Punkt, Sound aufnehmen. Denn Google selbst kann nicht den Sound intern aufnehmen von Apps, von Filmen, von Spielen oder sonst etwas. Da gibt es einen kleinen Workaround, dann wird der Sound über die Lautsprecher ausgegeben und direkt mit dem Mikrofon mit aufgenommen. Das heißt, wenn ihr redet dabei, ist es natürlich kein sauberer Ton. Wenn ihr da die professionellere Art wählen wollt, dann habe ich gleich noch was vor euch im Video, wo der Ton auch wirklich direkt aufgenommen wird. Ein interessanter Punkt bei Artset Screen Recorder ist auch hier dieses kleine Livestream-Icon. Und da habt ihr die Möglichkeit, direkt vom Screen auf Facebook oder YouTube oder Twitch live zu streamen. Und ihr habt auch die Möglichkeit, in den Einstellungen auch nochmal eure eigene Kamera zu aktivieren und direkt auch hier das Ganze aufzunehmen, während ihr auch den Screen aufnehmt. Eine weitere App, die ich gefunden habe, bzw. die ich selbst hauptsächlich auch nutze, ist A-PowerSoft Bildschirmaufnahme. Und wenn ich die hier aufmache, da habe ich auch oben auch nochmal die Möglichkeit, in die Einstellungen zu gehen, verschiedene Sachen einzustellen. Und was ich hier spannend finde, ist, dass ich nicht nur 1080p aufnehmen kann, sondern 1440p. Das ist natürlich auch besser, wenn ich das mit 4K-Aufnahmen von meinen Videos hier mischen möchte. Dann habe ich eine höhere Auflösung. Auch hier 12 Mbit-Bit-Rates, die maximale Einstellung, 60fps. Eigentlich genau die gleichen Einstellungen wie bei Artset Recorder, nur dass ich hier eine höhere Auflösung aufnehmen kann. Nachteil hier ist jedoch, dass ich nicht direkt aus der App live streamen kann auf YouTube wie bei der anderen App. Ich persönlich brauche das nicht, deswegen gibt es da verschiedene Apps. Es gibt auch Apps, wo man direkt seine Videos darin schneiden kann. Brauche ich in meinem Fall auch nicht, weil ich das immer nochmal auf den Computer ziehe und da bearbeite. Und ein kleiner Hinweis noch zusätzlich, was natürlich ganz cool kommt, ist so ein Mockup von einem Smartphone. Das kann ein iPhone sein oder ein Android-Phone. Mockups gibt es auch haufenweise kostenlos runterzuladen. Ich weiß nicht mehr, woher ich mein Mockup habe, deswegen kann ich euch da nichts sagen. Aber gebt es einfach mal bei Google ein Smartphone-Mockup und dann findet ihr ganz viele Seiten, wo man die auch kostenlos und dann mit freier Lizenz runterladen kann, auch nutzen kann. Das macht einen schöneren Eindruck, wenn es gerade so wie hier im Bild ist, dann mit so einem Mockup oder halt ohne. Kommen wir jetzt zu einer weiteren Möglichkeit, die ist zwar etwas kostspieliger, bietet uns aber die Möglichkeit, viel professioneller mit den Aufnahmen arbeiten zu können. Und dabei geht es um externe Rekordermöglichkeiten. Zum einen haben wir natürlich die Möglichkeit, auch mit einem Atomos zum Beispiel das Ganze aufzuzeichnen. Aber ich rede hier von so einer Elgato Game Capture Card. Die besitze ich jetzt schon etwas länger, das ist die HD60, schon etwas älteres Modell, gibt mittlerweile weitaus neuere Modelle. Und was man dazu braucht, ist natürlich ein Kabel. Bei iPhones ist es so, dass man dann auch ein Kabel oder einen Adapter braucht. In dem Fall hier bei dem Huawei brauche ich ein USB-C auf HDMI-Kabel. Dann wird einfach das Smartphone mit dem Kabel verbunden. Und auf der anderen Seite kommt es in die Elgato Game Capture Card in den HDMI-Eingang. Und die Game Capture Card wird dann per USB ganz einfach mit dem Computer verbunden. Wir haben dann eine Software auf dem Computer und damit können wir dann den Bildschirm direkt aufzeichnen. Aber das zeige ich euch dann am besten dort. Jetzt hier in dem Programm von Elgato kann ich halt mein HDMI-Signal sehen. Man sieht auch, welche Game Capture Card ich hier nutze, kann verschiedene Einstellungen vornehmen und dann einfach auf Aufnehmen drücken. Und damit nehme ich auch schon direkt meinen Screen auf und kann jetzt zum Beispiel meinen Instagram-Account zeigen. Falls ihr selbst auch einen Instagram-Account habt, bleibt am besten bis zum Ende des Videos dran. Vorteil von so einer externen Aufnahme bzw. der Möglichkeit per HDMI das Bild abzugreifen ist ganz einfach. Wir haben eine bessere Qualität. Wir können mit der Qualität, die über den Ausgang gegeben wird, arbeiten. Und wir haben auch die Möglichkeit, das Smartphone zum Beispiel einen Bildmischer anzuschließen. Zum Beispiel so ein Blackmagic Atom. Und dann, wenn wir einen Livestream machen oder eine aufwendigere Show mit mehreren Kameras, kann das Smartphone auch eine Kamera sein. Und dementsprechend kann man da das Bild so abgreifen. Welche der Methoden sagt euch zu oder hat euch am besten gefallen? Oder habt ihr noch weitere Apps oder andere Wege, wie ihr das vielleicht macht? Runter damit gerne in die Kommentare. Lasst uns da gerne weiter diskutieren. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen und auch geholfen. Wenn dem so ist, über einen Daumen nach oben freue ich mich sehr. Damit unterstützt ihr auch die Creator auf YouTube. Kostenlos abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Video wieder. Bis dann.